Hallo, heute möchte ich ein paar Ideen zum Thema Atmung mit dir teilen. Atmung ist Leben. Eine bessere Atemqualität bedeutet somit auch eine höhere Lebensqualität. Atmung ist so viel mehr als dieses Luft rein, Luft raus. Im Wort steckt ja schon G, der Geist drin. Der medizinische Brief für Einatmung, Inspirieren, der Spirit. Und auch Atmung kommt vom indischen Atman, das bedeutet die ewige Essenz des Geistes. Und das ist natürlich viel mehr als die Mechanik, wenngleich die Physiologie selbstverständlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Atem reagiert unmittelbar auf Gedanken, Gefühle, Konzepte, Situationen, Veränderungen im Außen und Innen. Und all dem wird pure Mechanik oder T für Atemtechnik nicht gerecht. Denn sie beschränkt die vielfältigen Möglichkeiten auf eine normierte Art zu atmen. Es muss aber darum gehen, die natürliche Atmung wiederzufinden, wieder zuzulassen. Denn wir können von Geburt an frei und tief atmen. Es ist aber zum Beispiel durch Gewohnheiten zugedeckt. Es geht dann wieder darum, diese Freiheit wieder zu entdecken. Wir müssen also wieder anknüpfen an das, was schon einmal da war, um wieder frei und spontan atmen zu können. Wie du dahin kommst, erfährst du in meiner neuen Videopräsentation. Wie du dahin kommst, erfährst du in meiner Videopräsentation.